Anfang Oktober nochmal in die Sonne nach Südtirol, nach 5 Stunden Fahrt, Ankunft am Reschensee. Eine kurze Radtour geht noch, ins Langtaufestal nach Melak. Los geht's! Musik Die Sonne ließ noch etwas auf sich warten, aber nach 4 Kilometer die Hauptstraße links liegen zu lassen und auf die andere Seite des Kalienbaches zu wechseln, war eine saugute Idee. Ein sehr schöner Forstweg inmitten des Lerchenwaldes, in dem die ersten Gelbtöne unweigerlich Herbststimmung weckten. Musik 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 Wir hätten uns schon gern mit einem warmen Getränk im Bauch auf den Rückweg gemacht. Aber wie bestellt, kam ab unserem Wendepunkt die Sonne zum Vorschein und die rasante Abfahrt zurück nach Grauen wurde zum ungetrübten Genuss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich ging es nicht ohne eine Aufnahme mit dem Kirchturm von Grauen, aber dann hieß es ab zur Ferienwohnung in Schlanders. Vielen Dank. Vielen Dank.